Wenn Wind und Wolke sich vereinen, wird der Fisch mit den goldenen Schuppen zum Drachen. Wind und Wolke werden dich vernichten. Ich erschaffe mir mein eigenes Schicksal. Ich werde mein Glück und meine Macht behalten. Ich werde zum Herrscher der Welt. Er will die Weltherrschaft erringen. Nur zwei Männer können ihn aufhalten, wenn sie gemeinsam handeln. Aber die Liebe zur Tochter ihres Feindes steht zwischen ihnen. Ein epochales Abenteuer. Übernatürliche Kräfte. Storm Riders. Die Kultfiguren des asiatischen Bestseller-Comics zum Leben erweckt. Aaron Kwok, Ikin Chang und Sunny Chiba. Die Kultfiguren des asiatischen Bestseller-Comics zum Leben erweckt. Die Kultfiguren des Asiatischen Bestseller-Comics zum Leben erweckt. Die Kultfiguren des Asiatischen Bestseller-Comiches zum Leben erweckt. Vielen Dank.